Wir sind Amerikaner. Vor allem ist es ein Stück darüber, dass wir Linken, sage ich jetzt mal, keine Mittel mehr zur Verfügung haben, dem zu begegnen. Keine Ahnung, wer das tun soll dann. Jetzt fällt uns nichts mehr ein. Es ist ratlos und hoffnungslos ein letztes zorniges Aufbäumen. Also, dass die Rechten übergreifend sind, das wäre ja vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Was das Publikum erwartet, wenn es hier reingeht? Ja, es erwartet einen Umgang mit schwieriger Sprache und schwierigen Themen. Aber ich denke mal auf vielfältigste Art und Weise kulinarisch. Humor, Härte, Tiefgang.